Die wichtigste von allen Erfahrungen für mich war die, dass ohne Teamwork und Planung absolut nichts geht. Und das ist auch heute noch so, wenn ich ein neues Album aufnehme oder wenn ich eine neue Tour plane. Ich habe Sonitärinstallateur gelernt und das war eine meiner besten Entscheidungen. Und das war ein neues Album aufnehme.